Hallo und herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Heute wollen wir eine Longboardrampe bauen. So, wir haben jetzt ein Styroportteil und wir wollen jetzt hier so mit der Säge eine Ecke reinschleifen, damit wir das so hinlegen können und dann Steine drunter legen, sodass wir dann da so hochfahren können. So, wir sägen jetzt das Styroport. Wir brauchen, glaube ich, eine neue Säge. Das haben wir überhaupt nicht überdacht. Ja, das jetzt ein bisschen zu steil ist, müssen wir noch ein bisschen die Ecken abschleifen. Gut, so. So, wir packen jetzt auch noch mal unser Pennyboard ein. Ich würde mich einmal Rucksack hier fahren. Ich habe den Rucksack auf links gedreht und Maxi hat ihn da angezogen. Wir fahren jetzt mit der Rampe irgendwo hin. Scheiße! Scheiße! Warte, warte, warte! So, die Rampe ist fertig. Jetzt geht's das Styroport. Ich sp ederim. Ha, 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 ha! Ich... Boah! So, der letzte Versuch. Wenn es jetzt nicht klappt, lasst du es sein. I'm fine.